Einen Flowschen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch eine weitere Methode, wie ihr kostenlos und ganz schnell an Geld kommt. Wir wechseln wieder auf die dunkle Seite von Griffer Games, auf City Build Evil. Und dann gehen wir zum ph-choralsino-cbe und da kommen wir hier hin. Und wenn wir uns hier nach links einmal drehen, dann haben wir hier gleich einen Teleporter. Ach, von unten. Von unten ist der irgendwie ein bisschen buggy, wie ich gerade hier sehe. Dann klicken wir hier drauf und dann gehen wir einmal zum Bot. Dann einmal hin in die Botkammer und dann diesen Button, wo Beute steht, den klicken wir einfach mal an. Dann steht Goldthaler 24 Stunden nach M wieder da. Was auch immer das heißt. Also wird wahrscheinlich heißen, einmal am Tag bekommt ihr den. Wir bekommen hier nämlich so einen Goldthaler und den muss man beim Wunschbrunnen einwerfen. Und das geht folgendermaßen eigentlich ganz simpel. Hier der Thalerbrunnen. Das ist der Wunschbrunnen dann sozusagen. Da stellen wir uns auf die Druckplatte hier. Wir werfen den nicht in die Kiste, sondern davor oder daneben. Dann schauen wir in die Kiste rein und dann sollte hier gleich ein Item mit je nachdem, was bekomme ich hier. Stinkstiefel, wie viel der Händler dir wohl dafür geben wird. Also gestern hatte ich 25.000 Dollar Item drin. Jetzt bin ich mal gespannt, wie viel das wert ist. Ich habe nicht die große Hoffnung, dass das viel wert ist. Aus dem Stiefel kannst du zwischen 1 und 25k bekommen. Okay, dann würde ich sagen, probieren wir das Ganze mal aus. Heute auch nur ein kürzeres Video. Das könnte sogar der 25k Block gewesen sein. Meine war nämlich gestern auch eine dunkelblaue Wolle. Diese Woche nur ein kürzeres Video, weil ich gerade an ein paar vorproduzieren bin. Wir tun das Ganze hier einfach droppen. Dann saugt ihr das auf. Da sehen wir auch, die Lampen sind hier eben aktiviert. Wir klicken in den Ankauf-Knopf und dann schauen wir mal, wie viel wir jetzt hier rausbekommen. 13.300, auch ganz nett. Ich sage mal so, wenn man das zu meinen anderen Methoden, die ich schon in den Videos gezeigt habe, wenn ihr nicht wisst, in der Videobeschreibung oder rechts auf dem i auch gern verlinkt hat, glaube ich, zwei Videos bisher gemacht, zum Beispiel bei CS. Da ist es, glaube ich, sogar so, dass ihr nicht mal jeden Tag so viel Geld bekommt. Also, gestern hatte ich 25k, heute 13,3k. Deshalb muss ich sagen, dass dieses Ding hier wahrscheinlich auch mit einer der Profitablisten ist. Ich habe jetzt bisher das zweimal geprobiert. Probiert das gerne selber aus. Ansonsten könnt ihr euch die nächsten Wochen auf viel Content freuen. Und vergesst auf jeden Fall nicht, Kommentare zu schreiben. Unter dem Video gibt es eine große Winterkiste zu gewinnen. Und meldet euch bitte rechtzeitig bei mir. Nach circa drei Tagen oder so tue ich dann, wenn sich jemand nicht gemeldet hat, das Ganze neu ausrollen. Und demnächst werde ich auch das 3000-Abo-Special, was jetzt schon, wo ich 500 Abos herhänge. Aber bis jetzt hat es sich noch nicht so ergeben. Das wird wahrscheinlich im Februar kommen, wenn es gut läuft. Ansonsten vergesst nicht den positiven Daumen nach oben. Kommentar schreibt nicht vergessen. Hier in Dienstag gibt es ein neues Video. Gerne abonnieren, Glock aktivieren. Haut rein und ciao, Leute.